Schwarz-Gelb sind unsere Farben hier, wir alle stehen hinter dir. HCP Grüßt den Kölfe-Fans. Es geht bereits weiter am Samstag um 20 Uhr im Rienstadion mit dem nächsten Heimspiel. Und zwar kommt der Rittner-Burm nach Brunneck und dann wird es natürlich ein heißes Südtiroler Derby angeben für die Wölfe. Natürlich geht es jetzt darum, die Tabellenführung zu verteidigen bis am Ende der Master-Round und vor den Playoffs und ich hoffe, dass seid alle dabei und unterstützt die Wölfe auf dem Weg in die Playoffs. HCP Schwarz-Gelb sind unsere Farben hier, wir alle stehen hinter dir. HCP HCP HCP